Menschen und ihre Bedürfnisse Auch wenn das jetzt ein bisschen abtrustertönt, aber die Kinder sind schon unsere Zukunft. Ich möchte einen Beitrag leisten, um ihnen einen intakten und gesunden Lebensraum hinterzulassen. Wir sind immer in den Karten, um die Karten zu machen, um die Karten zu machen, um die Karten zu machen. Ja, das wichtigste für mich in meinem Leben ist, dass ich elektrischen strömmen und renne, vann. Und ich habe einen Kameraden, Knut, der auf den Sjöen drar und ein bisschen Torsk, und dann machen wir so ein bisschen Fisk um Söndagene. Menschen und ihre Bedürfnisse. Sie bestimmen unser Handeln. Seit unserer Gründung 1874. Damit haben wir uns im Bereich Sanitär- und Rohrleitungssysteme zum europäischen Marktlieder entwickelt. Wir forschen. Wir entwickeln. Wir produzieren. Und wir bringen unsere Lösungen gemeinsam mit unseren Partnern zum Einsatz. Mit über 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir weltweit in mehr als 100 Ländern tätig und bei vielen bedeutenden Bauten mit dabei. Know-how installed heißt unsere Philosophie. Mit ihr begegnen wir den Anforderungen unserer Kunden. Unsere Antwort, ein cleverer Umgang mit Wissen. Zum Beispiel, indem wir in unseren Labors die Ursachen von Schall in der Haustechnik untersuchen. Damit schaffen wir die Grundlagen für immer leisere Sanitärinstallationen. Wissen bringen wir vor Ort. Unsere technischen Berater unterstützen die Installateure persönlich und lernen von ihnen. Der Austausch von Wissen. Das ist Know-how installed. Wir geben unser Wissen weiter. In unseren weltweit über 20 Schulungszentren bilden wir jährlich rund 25'000 Personen weiter. Und leisten auch damit einen Beitrag zu dem, was unseren Kunden wichtig ist. Es müsste doch irgendwie möglich sein, im Alltag weniger Wasser zu verbrauchen. Es wäre keine Ahnung wie. Wenn es um Ökologie und Nachhaltigkeit geht, heisst unsere Antwort Innovation. Vor über 20 Jahren waren es noch 12 Liter pro Spülung. Heute sind es wahlweise 3 oder 6 Liter. Dank der Zweimengenspülung lassen sich in einem Vier-Personen-Haushalt bis zu 35'000 Liter Wasser pro Jahr sparen. Das macht uns, bei aller Bescheidenheit, auch ein bisschen stolz. Unsere Forscher untersuchen mit modernsten Simulationen das Strömungsverhalten von Wasser. Damit schaffen sie die Grundlagen für die ständige Verbesserung unserer Sanitär- und Rohrleitungssysteme. Innovation. Das Abwasserrohr Silent DB20 zum Beispiel haben unsere Ingenieure in den Biegungen mit kleinen Lamellen verstärkt und so akustisch entscheidend verbessert. Innovation bedeutet auch, jede Verbesserung zu prüfen. In unseren Testlabors sichern wir Qualität. Um zum Beispiel die Zuverlässigkeit eines neuen Ventils sicherzustellen, wiederholen wir den Spülprozess millionenfach. Know-how installed ist in allem, was wir tun. Und immer auf unsere Kunden ausgerichtet. Und so soll ich büssen und bade mit. Das muss es schnell machen. Ich setze frisch auf gute Qualität. Also muss es ordentlich machen. Unsere Antwort. Integration. Das sind Systeme, bei denen alles zusammenpasst, die flexibel sind, die schnell installiert werden können und die dank unserer Planungssoftware von Anfang an überzeugen. Damit vor der Wand alles funktioniert, muss hinter der Wand alles perfekt aufeinander abgestimmt sein. Integrierte Systemlösungen eben. Wissen. Innovation. Integration. Das ist Know-how installed. Geberit. Das sind wir. Mit unserem Wissen, mit Innovation und mit integrierten Lösungen sind wir da für unsere Kunden. Rund um die Welt. Was wir? Wir haben uns vor allem die Technischenウェavier schon gekauft. Wir haben wir von Jan. Wir haben uns vor dem Wissen. Säge, wir werden die. Wir haben uns vor allem versucht, die wir haben. Wir haben uns vor allem versucht, ein Wissen zu werden. Wir haben uns vor allem versucht, die Kunde zu verwenden. Das war's, Leone. L'anno prossimo la casa sarà rinnovata. Certamente mi mancheranno un pochino tutti i rumori dei miei vicini. Tempo healing! Il mio bullo di faria il han Runner? I care cinese, è finito, il cip che sono pronto. V achieved similar particolare Untertitelung des ZDF, 2020